Oh mein Gott. Was sind zwei? Schlau's bei mir? Braucht ihr eine Hilfe? Oh mein Gott. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. Heute zusammen mit Gilly. Hallo. Hallo. Na Kili, alles Gudi in der Hoodie? Jawohl, nice. Leute, wir spielen heute eine neue Challenge auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir die Lenkraketen-Only-Challenge. Das heißt, wir dürfen in diesem neuen Modus, äh, urexplosiv 2.0, nur mit den Lenkraketen-Kills machen. Und deswegen sind wir hier gelandet beim Palettenparadies, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen Ort hier nennt. Es würde mich interessieren, hier unten, wie nennt ihr diesen Ort bei Flush Factory? Ähm, weil wir haben keinen Namen und Palettenparadies passt vielleicht ein bisschen. Und schreibt's auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und Leute, wenn ihr Fortnite feiert, wenn ihr dieses Video feiert, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst das nicht. Viele Leute schauen die Videos und vergessen zu bewerten. Und deswegen, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Oder auch ein Dislike, wenn's euch nicht gefallen hat. Alrighties. Ich hoffe, wir finden so'n Kack-Guided Missile, ey. Vor allem, wir brauchen halt nur eine, ne? Ja, eigentlich brauchen wir nur eine. Oder beziehungsweise jeder eine. Also schon zwei. Hast du das? Ja. Bitte, bitte, bitte. Äh, hier ist noch ein großer Tragen. Ich pack ihn mal ein, für dich. Noch ein Slurp. Ich hab Minis und ein Slurp noch. Du kannst ihn auch trinken, wenn du magst. Aber Palettenparadies passt eigentlich schon saugut, ne? Du hast hier überall die Paletten am Start. Du hast den, äh, Emote-Steinschere-Papier ausgewählt, oder? Yes. Mach mal. Du hast gewonnen. Yeah, nice. Richtig gut. Wollen wir noch mal spielen? Ich hab mit Chris schon ausgemacht, dass wir, dass wir das jetzt immer so, ähm... Ausdeichseln. Ausdeichseln. Ja. Immer so handhaben, dass wir, äh... Richtig gut, ey. Wenn sowas, wenn sowas droppt, kriegst derjenige, der da... ...der da gewinnt, halt. Sau gut. Und, ähm... Wer den Emote nicht ausgewählt hat, oder überhaupt nicht mit in der Runde hat, der hat von allein verloren. Automatisch lose. Ja, Mann. Richtig gut. Trank. Yes. Jawoll. Oh, sehr schön. Okay, wer bekommt sie? Nein, Spaß. Ich nehm einfach zwei Stück. Nice. Das klappt nicht. Oh, wir müssen in den Border. Oh mein Gott. Ich hab mir noch einen normalen Rocket Launcher mitgenommen, äh, fürs Riden. Okay. Ähm... Ich ride dich und du holst mich ab. Nee, ich ride dich mit dem... Okay, okay, okay. Nee, du rideest mich mit dem normalen. Okay. Und ich hol das wieder... Fuck, ich muss irgendwas liegen lassen. Hier. Okay. Go. Fuck. Da kommt irgendwas. Okay, nicht auf uns. Okay, nochmal. Go. Oh, nein. Okay, nochmal. Go. Oh, Mann. Du warst schon drauf. Okay, nochmal. Spring einfach. Oh, Mann. Ich bin zu dumm. Okay, spring. Oh, shit. Okay, du musst kommen. Oder egal, egal, egal. Du hast mich nicht, ne? Ich weiß, ja. Aber ich hab geschaut, ob da irgendwas ist. Ah, hinter dir ist jemand. No risk, no fun. Das ist mein Motto. No risk, no fun. Oh, nur kills mit der Guided, ne? Ja, I know. Wo ist der hinter mir? Wir müssen in den Ball. Oh, ja. Richtig. Oh, mein Gott. Ich bin stuck. Egal, ich fliege trotzdem eine hin. Kriegst du ihn? Jo. Ah, ich finisch ihn. Oh, Eier. Fuck, Eier könnte zu sticky werden. Er ist close. Ich fliege eine schnell. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt hab. Einer ist richtig close bei mir. Okay, ich fliege eine, ich fliege eine. Ich halte ihn ein bisschen in den Schach. Aber ich fliege auch eine. Hab ihn. Nice. Sehr nice. Wollen wir beide ins Lurp trinken? Jo. Boah, so ist eigentlich auch eine gute Base. So. Und man schießt einfach hier unten durch. Oh, ja. Wie viele Rockets hast du? 150. Okay, ich hab 100. Hinter uns? Ist das Guided? Ja. Achtung, auf, auf, auf. Oh, ich hab gedacht, der fliegt erst über mich drüber. Okay, da ist Osten. Osten hat er losgeschossen. Oh, fuck, border. Oh, man, ich hab geschlafen. Schießt du auf mich? Ah, nee, ich hab einen gehittet. Hinter mir kam eine. Scheiße. Hab einen genockt. Wo sind die? Direkt hier rechts von mir. Warte, ich fliege dir nach. Rechts von dir? Heißt denn die in der Borde? Ich hab den eingefinished. Ich seh die nicht. Ah, in dem Haus, oder was? Ja, ich glaub, eine sitzt da noch im Haus. Ja, im Haus, im Haus unten. Unten drin? Okay. Ja. Komm auch. Ah ja. Bin gleich da? Hab ihn genockt. Okay, 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 nice. Ich seh ihn nicht. Oh my god. Bis ich die gefunden hab. Ist die noch im Haus? Ja, ist down. Okay, nice. Ich schau mal ein Stück weiter. Oh, wir müssen laufen. Da hinten ist ein Airdrop, da hinten ist eine fette Base. Ah, oh, spring. Let's go. Nice. Oh, unter mir sind, Leute. Damage bekommst. Okay. Flieger wird bis zum Ende. Nur einer? Der baut nicht. Du stehst. Oh my god. Bei mir warst du auf dem Baum gestanden. Hast du ihn? Noch nicht. Scheiß Sturmsound, ey. Oh my god. Da sind zwei. Schlau ist bei mir. Braucht er eine Hilfe. Komm. Oh my god. Oh my god. Ich hab den eingehittet. Nice one. Ich fliege auch mit der neuen. Nein. Oh my god. Wie hat er mich genockt? Hab einen. Leckrakete bei dir. Leckrakete ist zu dir geflogen. Ich bin auf jeden Fall in Sicherheit. Nice one. Nice. Kommt die zu uns? Nein, man. Holy shit. Wie viele Kills hast du gemacht schon? Drei. Drei. Ich hab zwei. Oh my god. Wir müssen bauen. Okay, ich hieh mich schnell. Äh, hier. Oh my god. Kili. Du Legende. Pass auf. Leider kein Haus im Border. Lass unten rausschießen. Niemals treffen die uns unten. Soll ich oben noch eine fette Base draufbauen? Ich hab aber nur noch 400. Aber egal. So. All close. Warte, ich mach auf. Warte. Doch, ich mach auf kurz. Schieß raus. Oh my god. Oh, wie einfach in dem Moment reingeschossen hat. Ich hab keine Mäste. Ich muss mir seine Metz klauen. Ich muss mir seine Metz klauen. Oh no. Oh no. Oh no. Ich kann nicht bauen, ich hab nichts. Oh shit. Nimm dir meine Metz. Hat er dich gefinisht? Ja. Oh Gott. 200 Holz oder so. Ich kann ihn in die Border. Ok warte, ich pack das noch. Was macht der? Nice one. Hat nen Hit? Fuck man. Achtung, Aufsicht vom Ende. Ja? Er ist wirklich flogen. Schlafen wir weiter. Oha, fette Base. Drei Leute leben noch. Ja. Da vorne ist einer gewesen. Da ist doch einer hochgelaufen gerade oder nicht? Fuck. Was wäre bei mir reingeflogen? Links von dir ist offen, aber... Ich hab gedacht, der hat damit doch schon gewesen. Ok, wo sind die? Da vorne ist er. Da sind zwei. Sind es die Finalen? Ja. Nur noch zwei. Boah, niemals krieg ich die beiden. Nice, 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 nice. Hinter dir ist offen? Ja. Hab einen noch? Nice. Über dir ist offen. Oh mein Gott. Ok, wo ist er? Ich hab nicht mehr so viel mehr jetzt. Rechts ist er? Rechts? Da. Da. Oh mein Gott. Ok, was mach ich? Nice. Er hat sie 7 geteilt. Ja. Oh mein Gott. Leute. Ich bin so ein Idiot, man. Ich bin so ein Idiot. Leute, ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega drüber freuen. Schaut auch bei Kiwi vorbei, wenn er irgendwann mal mit YouTube anfangen würde. Ja. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst natürlich auch ein Abo da. Neuner. Neuner. Guided Missile Challenge. Geschafft. Wie viele Kills hast du? Drei. Ich hab vier. Sieben Kills. Ja gut, kann man machen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik